Hey und Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Latrox und heute spielen wir Overwatch. Ich habe es dir vorgestern geholt. Ich glaube es war vorgestern. Und habe ich das entschieden? Hey komm, du sagst auch mal auf. Ist ja so ähnlich wie Paladins. Werden wir sehen. Ich bin heute Sombra. Ich habe gerade irgendwie Lust auf sie. Ich mag dieses Teleporter hinwerfen, also Medi-Pack-Hacken-Teleporter hinwerfen und sich bei Weckern jemanden töten und zurückporten. Die Taktik funktioniert ja doch irgendwie. Sonst wenn es nicht klappt, dann wechsle ich einfach. So. Lauf Sombra, lauf. Ich kenne mich halt nur nicht auf diesen... Ich kenne mich halt nur nicht so nicht auf diesen Karten aus. Bisher. Wie gesagt, ich spiel es doch nicht so solle nicht lang. So. Und hier hin. Ich glaube ich hack einfach mal dieses hier. Ne, das ist der drüben, das ist ein großes. Ich kann es nur nicht hacken. Verdammt. Nein. High five. Wo sind hier die Mords? J. Okay. Ich blut hier in ZB, weil es ein Paladins B ist. Ja, gut. Und eben nicht. Ah, gehackt. Okay. Und das ist das Hack-Modell. Ah, Maschinenpistole. Hallo. Einfach mal ins Geschütz schauen. Ja gut. Jetzt dürfte ich es hacken können. Ja, lalalala. So, da hin. Aber jetzt kann ich hier durch die Gegend dran. Wenn ich um das Winde. Okay, weg hier. Ist eigentlich relativ langweilig, dieses Game. Obwohl, langweilig. Ich weiß, es ist so eine Art Loki-Taktik. Macht sich unsichtbar. Reinthin versucht, irgendwas umzubringen. Wenn es nicht klappt, dann. Okay, sie hat ein. Heal. Anti-Heal. Nein, 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 nein. Nein, böse Sombra. Das könnte später nützlich sein. Geh auch noch. Tja, jetzt ist es du gehackt, hä? Doof. So, tot. Huh. Geht es zurück? Ja, jetzt geht es rein. Sehr schön. So. Oh, ich habe Tracer gehackt. Das ist sehr schön. Und wieder zur Heilung. Ja. Auf Freienheitsschießen. Perfekt. Ich soll gleich mit dem Dings wieder hängen. Irgendwo ist ein Sombra. So, jetzt ist sie auch dumm. Perfekt. Hey, das läuft doch ziemlich gut. Und Tracer hat ihre Ulti verwendet. Verdammt. Ich wollte das Ding doch hacken. Nein, die dürfen den Punkt nicht holen. Team, schnell. Vereilung. Ach ne, die sind so weit weg noch. Ne, dann haben sie. Verdammt. So, ein Mist. Na gut, dann hält er eben das da. Und. Geht rein. Nein, ich gehe lieber zurück. Ich habe noch mal eine Ulti. Das darf ich nicht vergessen. Jetzt erstmal hier. Hierum kann ich ja nicht gehen. So, und zurück. Das ist für eine relativ unfaire Art und Weise, aber. Ja gut, unfair. Das ist so eine Loki-Art und Weise. Das ist richtig gemein und eklig. So. Wo ist Tracer hin? Da. Tschüss Tracer. Nein. Ich glaube, man tut. Nee. Die dürfte doch noch gar nicht abgelaufen sein. Ich glaube, sie hat mich halt vorher getötet. Ja, sie hat mich wahrscheinlich vorher getötet. So. Jetzt muss ich nur noch da hin. Das Ding wieder hacken. Und perfekt. Jetzt lassen wir rein sein Schild einbeißen. Oh, oh. Ich wurde getötet. Ich wurde gesniped. Ich wollte gerade meine Ulti eigentlich zünden. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt. Und dann. Mach rein, hat. Ich bin gestunnt. Soll es. Was soll's. Wir müssen jetzt einfach nur einen Punkt aufhalten, dann passt das. Und da diese Anscheinung trotzdem nicht weitergeschafft haben, ist das doch in Ordnung. Ich hoffe, jetzt der Hand lang. Ah, ah. Da will ich glaube ich nicht hin. Nein. Ich will es nicht riskieren, da vorne zu sein. Halt. Etwas genau. Was hat das jetzt? Achso, die Dingste Ulti. Gut, Tschüss Tracer. Das war schon gerade schon durch. Das ist knapp. Ähm. Medipack hacken. Hinwerfen. Unsichtbar. Mr. Hoop zu Farah. Kommen. So. Nein, tut mir leid, Rotor. Tut mir leid, Rotor. Ich fühle mich wieder besser. Er ist tot. Oder ist das meine Schöne? Nein, nicht wirklich, aber... Ich habe keine Ahnung. Oh, wow. Ich packe diesen Notknopf. Einfach mal E-Rocken, wenn es wieder in Sicherheit ist. Ich wollte mich eigentlich nicht unsichtbar machen. Hier bin ich. Ich fühle mich wieder besser. Was war das jetzt bitte? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte jetzt aber meine Ulti zünden. Und wieder in Sicherheit gehen. Ich weiß nicht, wie lange das... Ich habe gerade nicht auf die Uhrzeit... Also auf den Timor meines Teleportes geachtet. So. Ähm. Da will ich nicht drinstecken. Ich gehe da wirklich ran, Ulti. Ich glaube, mein Ulti hat eh keinen so großen Charge. Gäbe es überhaupt was zu ulten? Nein, bitte komm nicht her, Ulti. Bitte komm nicht her, Ulti. Sehr schön. Okay. Jetzt halt Teleporter und dann los rein. Die Gegend schaffen es hier wirklich nicht rein. Ich glaube, ich gehöre zu einer der wenigen Leute, die den Sommerraum mögen. Weil... Die Stunde hat geschlafen. Soweit ich das weiß, war es so, dass die... Ach, er hat sich selbst erschossen. So. Sterb! Ich wusste nicht, wieso ich überhaupt meinen Teleporter geworfen habe, aber... Noch ist er da. Ich gehe aber sicher wieder dahinter zu der Position. Ich habe gerade den Tag mal, ähm, übersehen oder vergessen. Hast du mich vermisst? Und zack. Und schmuck. Ich muss eigentlich weiterwerfen. Aber was soll's. Hinten ist niemand. Nein. Sehr schön. So. Ja, in zwei Minuten ist es vorbei. Doof habe ich dich hekt, hä? Ähm. Das war knapp. Das war etwas... sehr knapp. Meines Erachtens zu knapp. Wo sind denn die Gene? Und ich habe immer noch die Ulti. Gehackt. Lalalala. Hat sie ich kein Karate gesagt? So. War hier irgendjemand? Nein. Oder? Hm. Hauptsache, wir sind bei den Gegenden. Ja, hab sein Ulti versaut. Dafür hat es sich doch wahrscheinlich gelohnt. Weil ich glaube, ich habe jetzt eine Worte, seine Ulti gecancelt. Und da der ja, ähm, gedingstet war. Wie heißt das nochmal? Nanobus wird. Puh. Ich leb noch. Was für eine Folge habe ich freigeschalten? Überlebenskünstler. Dankeschön! Das könnte später nützlich sein. Ähm. Ignoriert mich bitte. Ach verdammt, ich habe sie nicht tot bekommen. Ich habe so schlecht getroffen. Da oben ist jemand. Da muss ich jetzt hoch. Oh, ich bin hier da hoch? Ja. Danke schön, Genji. Oh. Ja, doof, wenn ich jetzt ganz plötzlich weg bin. Ist er noch da? Mit uns. Ach, was soll's. Sicherheitshalber hacken. So, der ist tot. So, der ist tot. Nope. Aha. Haha. Und ich bin tot. Na gut. Team, das zahlieren wir jetzt nicht noch. Er geht jetzt ran. Wir machen das bitte. Lass mich nachspawnen. Lass mich nachspawnen. Ich hab ne Ulti. Ähm. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Team. Wir haben verloren. Wir haben so knapp verloren. Ach nein. Das war einer der Sachen, die ich an Overwatch nicht so ganz mag. Dieses, dass man durch so eine klitzekleine Kleinigkeit verlieren kann. Ach man. So ne schöne Runde. Ah, der Kenji schön gemacht. Das ist ja schön gemacht. Hm. Dann kriegt der hier ne Dings. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fass das bitte damit lassen. Wir bewerten da vielleicht ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.